Meine Lieben, freut mich ganz besonders, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ich wurde von der lieben Alison getaggt. Danke dafür. Wie ihr im Titel lesen könnt, geht es um den Nur-Ein-Wort-Tag. Also fangen wir gleich mal an. Wo ist dein Handy? Hier. Dein Partner. Computer. Deine Haare. Lack. Deine Mama. Organisiert. Dein Papa. Kamera. Dein Lieblingsgegenstand. Vieles. Dein Traum von letzter Nacht. Keiner. Dein Lieblingsgetränk. Wasser. Dein Traumauto. Keins. Der Raum, in dem du dich befindest. Warm. Dein Ex. Keiner. Deine Angst. Nichts. Was möchtest du in 10 Jahren sein? Gesund. Mit wem verbrachtest du den gestrigen Abend? Krümel. Was bist du nicht? Groß. Das Letzte, was du getan hast. Gegessen. Was trägst du? Klamotten. Dein Lieblingsbuch. Viele. Das Letzte, was du gegessen hast. Reisnudeln. Dein Leben. Meins. Deine Stimmung. Zufrieden. Deine Freunde. Vertrauenswürdig. Woran denkst du gerade? Nichts. Was machst du gerade? Schwimmen. Dein Sommer. Warm. Was läuft in deinem TV? Filme. Wann hast du das letzte Mal gelacht? Eben. Das letzte Mal geweint? Fragezeichen. Schule. Notwendig. Was hörst du gerade? Nichts. Liebste Wochenendbeschäftigung? Kreativ. Traumjob. Glücklich. Dein Computer. Alt. Außerhalb deines Fensters. Außenwelt. Bier. Alkohol. Mexikanisches Essen. Mexiko. Winter. Weiß. Religion. Kulturen. Urlaub. Freizeit. Auf deinem Bett. Bettwäsche. Liebe. Vertrautheit. Das waren jetzt kurz und knapp die Fragen. Ging ja auch darum, dich kurz zu fassen. Und jetzt, wen ich tagge. Ich tagge einmal Roy vom Kanal ReusenTV. Vielleicht hast du ja Lust noch mitzumachen. Sonst Vivi. Viviane Miss Lady. Dich tagge ich auch noch. Ja, die Leute tagge ich. Von euch würde ich den Tag sehr, sehr gerne sehen. Sonst sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss. Von mir jetzt der, wenn ich nicht ich wäre Tag. Wenn ich ein Monat wäre. Ja, dann wäre ich der April. Man sagt ja auch immer, der April macht, was er will.